Moins und Sollte, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Review von mir. In diesem Video soll es um das aktuelle Slime-Collab gehen, beziehungsweise vielmehr darum, ob es in Zukunft noch mehr solche Collaboration mit anderen Animes und anderen Videospielen geben sollte, wie aktuell mit diesem Slime-Collab. Dazu interessiert mich natürlich extrem eure Meinung, von daher schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Findet ihr das gut, dass ihr gerade fremder Content- beziehungsweise fremde Anime-Charaktere mit in dieses Seven Deadly Sins Spiel mit reinkommen? Oder sagt ihr euch, nein, bitte, ey Grand Cross, bleibt bei Seven Deadly Sins Charakteren, bleibt bei Charakteren, die ihr vielleicht noch selber erschafft oder ähnliches, aber lasst andere Animes hier aus dem Spiel. Schreibt das gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ansonsten streame ich jeden Mittwoch, jeden Freitag, als auch Sonntag ab 21 Uhr auf Twitch, der Link dazu ist in der Videobeschreibung, da kriege ich aktuell auch sehr geiles Feedback von euch, falls ihr wieder vorbeischaut und hey, heute ist Freitag, dementsprechend streame ich auch heute. Jetzt aber zu meiner Meinung, ob ich das gerade gut finde oder schlecht finde und ich kann direkt vorab nehmen, ja, ich finde Collaborations mit anderen Animes sehr gut. Und warum finde ich das so? Das hat mehrere Gründe. Ich fange einfach mal an mit den existierenden Spielern, also dadurch, dass du dieses Video guckst, wahrscheinlich bist du ein existierender Spieler. Und zwar möchte ich mich erstmal auf die Spiellust beziehen, dieses Spiel zu öffnen, überhaupt auf dieses Icon zu klicken und zu sagen, ey, yo, heute spiele ich wieder 24 Stunden, lass dich nebenher Grand Cross laufen, warum mache ich das überhaupt? Was interessiert mich dahinter? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dieses Spiel hat sehr viel Content, was einfach nur Farming, 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 Farming ist und nichts, wo man sagt, ey, ich strenge mich an, dieses Spiel zu lernen, besser darin zu werden und irgendwas mitzunehmen, beziehungsweise, ja, es gibt nichts, was uns sonst motiviert zu spielen, außer zu farmen und die Charaktere besser zu kriegen und dann vielleicht irgendwann mal gut zu sein für das, was kommt, wie jetzt zum Beispiel der aktuelle Ifrit-Collab, äh, beziehungsweise der Ifrit-Rayet und dafür möchte man immer gewappnet sein. Das heißt, man farmt immer, es kommt ein neuer Dungeon, dafür ist man gewappnet, dann hat man ihn wieder geschafft und dann farmt man wieder dafür, dass irgendwann wieder ein neuer Dungeon kommt. Und so hat man halt quasi den unendlichen Kreislauf des Lebens und ich glaube, wenn wir solche Collaborations haben, ist es für uns so eine kleine Motivation zu sagen, ey, yo, das ist eine Collaboration, die ich mag, ich mag diesen Anime, jetzt gerade Slime habe ich persönlich nicht gesehen, das heißt, für mich ist es gerade keine Motivation zu sagen, ich starte deswegen dieses Spiel, aber wenn ich sehe, das ist ein Anime, den ich mag, würde jetzt zum Beispiel ein Bleach-Collab kommen oder ein Yu-Gi-Oh!-Collab oder ähnliches, würde ich dieses Spiel starten, würde versuchen, die Charaktere, die neu ins Spiel reinkommen, zu ziehen und würde natürlich mich darauf freuen, mir die Story anzugucken, neuen Inhalt zu sehen und alles drumherum und nichtsdestotrotz glaube ich auch, selbst wenn man jetzt kein Anime gesehen hat, wie den Slime-Collab, finde ich es trotzdem cool, dass es vier neue Charaktere gab, plus, dass es mega viel neuen Content gab, denn aktuell gibt es einfach super viel zu tun, was nicht einfach nur, natürlich ist es am Ende des Tages sinnloses Farming, aber es ist kein Farming, was man macht, wie man es immer macht, sondern es ist Farming, was sich speziell auf dieses Event bezieht, es ist Farming, damit man zum Beispiel Outfits kriegt für die Charaktere, wo wir ja zum Glück auch zwei Geschenke bekommen haben, das heißt, jeder kann auch farmen diese Outfits, auch wenn er jetzt kein Geld ausgegeben hat, auch wenn er sich sagt, er hat nicht in diesem Collab gerollt, weil er ihn nicht interessiert, kann man trotzdem die Outfits, die aktuell drin sind, einfach drauf losfarmen und genauso hat auch jeder irgendwie ein Interesse daran, diesen neuen Ifrit-Rayet, den es hier gibt, zu farmen und den ein bisschen zu spielen, beziehungsweise dadurch kriegt man ja die Outfits und halt die anderen dann das nebenher, dadurch, dass einfach die Belohnungen wie Heldentränke etc., beziehungsweise Aufwertungstränke etc. sehr gut sind und die SSR-Anhänger und SR-Anhänger, das heißt, wir kriegen immer Content, der so ein bisschen Abwechslung mit in dieses Spiel reinbringt. Das nächste, beziehungsweise der nächste Punkt, wo ich glaube, dass es sehr gut für das Spiel ist, sind die neuen Massen an Charaktere, denn normalerweise kriegen wir ja ungefähr immer so ein Charakter pro Release, beziehungsweise jede Woche circa ein Charakter, manchmal kriegen wir zwei, dann kriegen wir wieder ein, 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 ein. Ich weiß nicht zu 100% wie das in JP ist, aber ich glaube, da kommen auch alle zwei Wochen ungefähr zwei neue Charaktere, also auch ungefähr jede Woche ein neuer, JP-Spieler können mich da gerne korrigieren. Auf jeden Fall kommen nicht normalerweise vier pro Woche, wie wir es jetzt bei dem Slime-Con-Up hatten. Wir hatten quasi mit einem Release vier neue Charaktere und ich glaube, dass es diesem Spiel sehr gut tut, dass wir viele Charaktere haben. Natürlich, je mehr es wird, muss auch irgendwie das Spiel sich darum kümmern, dass wir mehr SSR-Anhänger kriegen, deswegen kommt man sowohl in dem Event SSR-Anhänger-Farm, deswegen kann man jetzt gerade ist zum Beispiel, falls ihr es noch nicht gesehen habt, bei den Dörfern könnt ihr wieder eine Million Gold pro Dorf spenden, kriegt jeweils wieder einen SSR-Anhänger. Das muss das Spiel natürlich sicherstellen, dass wenn sie mehr Charaktere bringen, sie uns auch die Möglichkeit geben müssen, diese Charaktere irgendwie komplett zu entwickeln, komplett zu erwecken. Das darf da drin nicht, ich sag mal, ja untergehen in den ganzen neuen Charakteren-Releases. Aber ich glaube, dass mehrere Charaktere dieses Spiel ein bisschen spannender machen, insofern, dass man sich mehr Gedanken über das Teambuilding macht. Ja, es gibt meistens dadurch, dass dieses Spiel so aufgebaut ist, dass es festen Content gibt, der immer gleich ist, dass man hier keine Challenge hat, was ja, ich sag mal, schwierig ist zu spielen, sondern wir haben immer die Karten. Das heißt, wir müssen uns einfach nur ein Team überlegen, mit dem wir spielen wollen und mit dem Team spielen wir dann und das war's. Das bedeutet, ein Spieler geht voraus, findet ein neues Team, alle machen es nach, so ist es ja ungefähr, beziehungsweise so können wir damit rechnen, dass wir immer irgendjemanden nachmachen, was das Spiel angeht. Aber nichtsdestotrotz finde ich es halt interessant, immer wieder neue Teams zu sehen und ich finde es interessant, wenn man jetzt gegen Ifri zum Beispiel vier verschiedene Damage, die da mitnehmen kann, so dass jeder sagen kann, okay, ich nehme den, der am meisten in meinen Spielziel passt, ich mag Jericho jetzt gerade gerne, also nehme ich Jericho, ich mag die Yane und habe sie gezogen, also mache ich die Yane. Ey, hier ist ein neuer Event-Charakter, ich möchte die Gegend gerne ausprobieren, also level ich den neuen Event-Charakter. So hat jeder so ein bisschen die Wahl, wenn es darum geht, ja, sich zu überlegen, möchte ich jetzt gerade, wen möchte ich spielen? Es ist nicht so ganz stark fokussiert, wie zum Beispiel jetzt der graue Dämon, der hat einfach nur den grünen King als Damage-Dealer, hat Goathe als Supporter und hat halt irgendwie noch, ja, entweder Gilfander oder Helbram als Attack-Boost und das war's. Mehr hat man gegen diesen grauen Dämon quasi schon mal nicht und damit spielt man einfach extrem immer wieder und das finde ich halt persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Dauer auch langweilig, wenn es immer wieder das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche ist, auch wenn das Spiel darauf ausgelegt ist, weil man ja für diese Todesmatches zum Beispiel auch feste Teams auslegen kann, also es ist schon darauf ausgelegt, dass wir immer wieder das Gleiche spielen, aber ich glaube, mit mehr Charakteren hat man einfach so ein bisschen mehr, ja, die Auswahl, was ich ganz nett finde. Und das Letzte für existierende Spieler, was ich glaube, kann sehr wertvoll sein, wenn wir als existierende Spieler mehr Collaborations haben, ist, dass man hingehen kann und sagen kann, okay, man schaut sich aus diesen Animes vielleicht etwas ab, woraus man eine neue Spielmechanik entwickeln kann. Was meine ich damit? Aktuell haben wir immer die Charaktere, haben unten unsere drei Karten pro Charakter, beziehungsweise zwei Karten pro Charakter, insgesamt sieben Stück, daraus wählen wir eine Karte aus, greifen an, der Gegner greift an, wir haben wieder eine Karte, greifen an, wir haben immer fix zwei Fähigkeiten pro Charakter, wir haben immer fix eine einzigartige Fähigkeit und dann haben wir zum Beispiel, jetzt kann ich auch direkt ein Beispiel dazu geben, wenn wir jetzt neue Charaktere mit reinbringen, kommen zum Beispiel die Ten Commandments, das heißt, die Zehen sind ja reingekommen, beziehungsweise aktuell haben wir nur Garland, glaube ich, in Global und die haben ja jeweils ihr Gebot, dass sie noch als extra einzigartige Fähigkeit mit oben drauf gebracht haben. Na klar, es funktioniert theoretisch wie eine einzigartige Fähigkeit, aber war für uns Global Player trotzdem eine neue Spielmechanik, die wir davor nicht hatten, weil es sowas wie ein Gebot, dass alle Spiele auf der ganzen Map, das heißt, sowohl die eigenen Charaktere beziehungsweise die eigenen Helden im Kampf, als auch die feindlichen Helden betrifft, also so ein Gebot finde ich halt sehr geil als extra Spielmechanik, ich glaube, durch Anime Collaborations oder Videospiel Collaborations kann man in anderen Spielen zum Beispiel aussehen, ey, die haben hier irgendeine Funktion, lass mal gucken, wie wir die geil mit in dieses Spiel reinbringen und das kann dann nicht nur den Anime beziehungsweise die Anime Charaktere selber beeinflussen, sondern auch den Release zukünftiger Charaktere. In einem anderen Spiel habe ich zum Beispiel gesehen, in meinem Lieblings-Gacha-Game Puzzle & Dragons, bin mir gerade gar nicht mehr sicher, welcher Anime das war, um ehrlich zu sein, sagen wir einfach mal Digimon, weil das passen würde und da könnte man hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt standardmäßig immer zwei Karten, wir haben standardmäßig die einzigartige Fähigkeit, spielen jetzt zum Beispiel mit irgendeinem Digimon oder Pokémon jetzt als ganz großen Franchise und haben dann zum Beispiel, dass wir sagen, okay, im Kampf kann er viermal angreifen und wenn er viermal angegriffen hat, hat er quasi Punkte aufgelevelt oder sowas, neben der ultimativen Anzeige, eine eigene Punkteanzeige für jeden Angriff und danach kriegt man eine besondere Karte, die jetzt kein ultimativer Move ist, sondern die zum Beispiel dieses Pokémon im Kampf entwickeln lässt zu einer neuen Form und dadurch werden auch diese zwei Karten, die eigentlich irgendwelche Skills sind, ersetzt durch neue Karten, die man denn im Kampf einfach hat. Sowas würde ich zum Beispiel extrem cool finden und das ist jetzt quasi nur eine Idee einer neuen Spielmechanik und ich glaube, durch Collaborations und durch Spiele, wo man sieht, dass es einfach irgendwas gibt, woraus man eine neue Mechanik ins Spiel reinbringen kann, kommt sowas am ehesten ins Game mit rein. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht sagt ihr euch, nein, die Entwickler müssen sich einfach mal selbstständig hinsetzen und überlegen, wie sie dieses Spiel spannender gestalten. Redet doch kein Schwachsinn, dafür brauchen wir keine Collaborations. Das kann auch gerne sein, dass eure Meinung so ist. Könnt ihr mir dann auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das denkt. Aber ich glaube, wir kriegen dadurch am ehesten irgendwann neue Spielmechaniken, die diese Spieler im Leben halten. Mein letztes Argument, warum ich sage, ich finde Collaborations sehr gut, sind nicht existierende Spiele, sondern sind neue Spieler, die in dieses Spiel mit hineinkommen sollen. Denn irgendwann ist es ja so, dass Seven Deadly Sins Grand Cross zwar ein Gacha-Game ist, das sehr cool ist, aber das sich schon alleine vom Namen her auf Seven Deadly Sins beschränkt. Bedeutet, was ich persönlich glaube, ist, dass Spieler sehen, ey, hier ist in, ja, ich sag mal, im iOS Store und im Play Store, äh, ist in der App, die heißt Grand Cross Seven Deadly Sins, beziehungsweise, ich glaube, im Store ist sie tatsächlich sogar nur Seven Deadly Sins ohne Grand Cross und das sieht man nur auf dem Titel. Das ist doch diese Anime, den hab ich gesehen, der hat mich nicht so interessiert oder das ist so diese Anime, den hab ich nicht mal gesehen, warum sollte ich dieses Spiel spielen? Ich skip das Ganze, das juckt mich überhaupt nicht und so haben wir so ein bisschen das Potenzial verloren, neue Spieler dazu zu gewinnen in dieses Spiel, da ich finde, man kann dieses Spiel ausspielen, wenn man, ja, kein Seven Deadly Sins Fan ist, denn die Story, ja, die ist natürlich auf Seven Deadly Sins fokussiert, da muss man Seven Deadly Sins vermögen, aber die kann man auch easy skippen, fertig ist und die Charaktere, mit denen, dieses Kampfsystem hat ja am Ende des Tages nichts mehr mit dem Anime zu tun, also kann auch jeder fröhlich vor sich her fahren, kann jeder fröhlich vor sich her spielen und hier weiter neue Charaktere versuchen zu ziehen, weiter auch versuchen zu ziehen, mit den Karten geilen im PvP zu kämpfen und ähnliches und dadurch, dass wir Collaborations haben mit anderen Animes und Videospielen, glaube ich, dass wenn jetzt da zum Beispiel stehen würde, Seven Deadly Sins, Grand Cross X, äh, Yu-Gi-Oh!, dass hier Yu-Gi-Oh! Fans kommen, die sagen, ey geil, Yu-Gi-Oh! ist einer meiner Lieblingsanimes aus meiner Kindheit gewesen, vielleicht auch immer noch, ich probiere dieses Spiel mal aus und versuche die Yu-Gi-Oh! Charaktere, die es da jetzt gibt, zu ziehen, da kann man auch geil irgendwas mit Beschwörungen oder sowas machen, ne, also wenn ich jetzt einfach mal drüber nachdenke, Yu-Gi-Oh! Collaboration, hast du einen Yu-Gi-Oh! oder sowas und machst Beschwörungen, aber wie gesagt, das sind alles nur Ideen, um neue Spielmechaniken mit reinzubringen, um neue Karten mit reinzubringen, dass ich das ja mit diesen zwei Karten sehr beschränke, nichtsdestotrotz war ich jetzt gerade bei einem Punkt, neue Spieler reinzubringen und wenn ihr jetzt sieht, ey, da ist ein Yu-Gi-Oh! Collaboration, ich lade die App einfach mal runter und probiere sie aus, dann wird er sehen, ja, klar, die Story fokussiert sich auf Seven Deadly Sins, aber irgendwo, am Ende des Tages, spiele ich dieses Spiel nicht nur für die Story und nicht nur dafür, dass ich Seven Deadly Sins habe und deswegen sage ich mir, obwohl dieses Spiel Seven Deadly Sins Grand Cross heißt, finde ich es sehr wertvoll, dass dieses Spiel auch gespielt werden kann von nicht Seven Deadly Sins Fans und deswegen finde ich es sehr gut, wenn hier Collaborations mit anderen Animes und Videospielen reinkommen und meinetwegen kann sich dadurch die Box in diesem Spiel wild mixen, für mich ist es Grand Cross und E-Sever Deadly Sins, da kann sich die Box so wild mixen mit anderen Charakteren aus anderen Animes und aus anderen Sachen, wie es möchte, das juckt mich überhaupt nicht, wie gesagt, an dieser Stelle interessiert mich eure Meinung, schreibt ihr unbedingt in die Kommentare und einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefällt, das war's mir hier an dieser Stelle komplett mit meiner Meinung und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend im Stream um 21 Uhr wieder, ich verabschiede mich, euer Sonius94.